Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem neuen Minecraft-Projekt. In der letzten Folge bin ich nicht so weit gekommen. Ich habe hier halt ein bisschen von der Straße gebaut, die halt so ein bisschen elektrifiziert wird. Durch halt die Gleise, wo dann die Autos da fahren können. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ach nee, das ist hier. Das ist der Stock da. Ja, dann kann man hier halt fahren. Das klingt zwar wie ein Zug. Soll es ja auch eigentlich sein. Das ist eher so eine Art Cheat, aber was ich hier mache. Ja, und dann sieht es halt so aus, als würde der Zug ein bisschen für dieses Auto oder die Straße fahren. Ich weiß nicht mehr, mit anderer Perspektive. Dann kann man hier sogar... Man kann hier sogar endlich die maximale Geschwindigkeit festlegen. Ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Und heute gibt es einen großen Tag im Letztbild, wo ich hier halt etwas weiterbaue, weil es halt ein bisschen lang dauert. Und ich kann jetzt nicht ein Video machen, was halt drei Stunden dauert. Das würde komplett den Rahmen sprengen. Das wäre echt ein bisschen krass. Deswegen gibt es ein Timelapse-Bild. Und der fängt auch jetzt direkt an. Let's go. Das ist ein Timelapse-Bild. Das ist ein Timelapse-Bild. Das ist ein Timelapse-Bild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.